Digger, wie lang geht dieses Intro? Vier bis sechs Wochen später. Warum steht da Jugend für... Wollen wir ein Spiel spielen? Na klar, gerne doch. Penis. 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 Oh, ich soll ja nicht mit mir selbst reden. Ah, wie geht's eigentlich? Ah, ganz gut. Und dir? Eigentlich auch ganz gut. Was macht deine Tochter? Ich hab keine Tochter. Ein Märchen der Gebrüder Grimm. Wer ist das überhaupt? Ja, Frau Holle. Frau Holle. Wer ist das überhaupt? Ja, Frau Holle. Frau Holle, Lucy Englisch. Wer ist das überhaupt? Frau Holle. Echt? Ja. Surprise, ne? Ich hab das damals auch verwechselt. Aber da hab ich irgendwann gelernt, dass Frau Holle Frau Holle ist. Wie geht's denn dir eigentlich? Wie geht's denn der Tochter? Schritt, 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 schritt. Alter, hör auf schneller zu werden. Junge, hör auf schneller zu werden. Schritt, 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 schritt. Ne, das war ein bisschen zu schnell. Schritt, 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 schritt. Wie lange ist diese Szene eigentlich? Schritt, schritt, schritt. Da ist gar nichts drin. Ich wollte mich bloß hinsetzen. Oh, ich hab plötzlich Angst. Oh, wer bist du eigentlich? Oh, was macht der Baum da hinten? Aha, ja, okay. Ich bin die Goldmarie. Die Goldluise? Heißt du so, weil du so goldige Haare hast? Spul oder so? Ah, ja. Wie geht's eigentlich deiner Tochter? Hör auf mich, das zu fragen. Oh, ich lege jetzt mal meine Hand hier drauf. Oh, das tut ja weh. Das habe ich gar nicht erwartet. Boah, so eine Leiter im Wasser. Voll Standard. Wow, wo wird mich diese Leiter nur hinführen? Alter, das sieht einfach übel fake aus. Ja, ich bin ein Apfel. Wir sind alles Äpfel. Ey, ich bin auch ein Apfel. Bist du auch ein Apfel? Wir sind alle Äpfel. Ja, komm, lass zusammen Äpfel sein. Ey, ich bin auch ein Apfel. Yay, Äpfel. Ist das hier ein Apfelbaum? Oder was seid ihr? Ja, wir sind alles Äpfel. Ja, ich bin ein Äpfel. Ey, ich bin auch ein Äpfel. Wir sind voll die Äpfel, ne? Willst du auch ein Apfel sein? Nee, warte, geht gar nicht. Aber wir sind Äpfel. Oh ja, ein Apfel wäre ich gerne. Das geht aber nicht, wie du hast gesagt. Ich bin ein Brot. Wow, die Brote sehen aus wie Kackhaufen. Jetzt hast du uns verscheucht. Guten Tag, fremde Frau. Guten Tag, ich bin Frau Holle. Oh, Sie waren gerade aber ziemlich asynchron. Ja, das ist manchmal im Märchenland so. Können Sie mir beibringen, wie man asynchron spricht? Na klar, dafür musst du nur in einer Szene mir folgen. Was? Dafür musst du mir nur in einer Szene folgen, wo man dein Gesicht sieht. Hier siehst du ganz viele Türen. Links, geradeaus, rechts. Hinter einer verbirgt sich die Freiheit. Ich sag dir natürlich nicht welche. Hinter allen anderen wirst du sterben. Oh, ich weiß aber nicht so ganz. Ich will nicht sterben. Hm, diese Tür sieht aber ziemlich schick aus. Die Tür sieht aber auch nicht schlecht aus. Vielleicht überlebe ich ja da. Ich bin mir echt nicht sicher, welche Tür ich nehmen soll. Können Sie mir vielleicht einen Rat geben? Na sicher, aber du warst gerade übel asynchron. Und ja, ich bin immer noch asynchron. Das ist gar kein Schnee. Das ist immer noch kein Schnee. Das hier ist auch kein Schnee. Oh nein. Oh Gott. Ja, sie wollen, dass ich falle. Ja, sie wollen, dass ich zahle. Aber bro, ich hab ne Knarre. Und genug Kugeln für euch alle. Ja, sie wollen, dass ich falle. Nun will ich dir eins sagen. Das war gar kein Schnee. Schlaf schön. Schlaf schön. Das ist eins zu eins dieselbe Szene. Wow, sind das hässliche Äpfel. Das ist zwei zu eins dieselbe Szene. Meinst du nicht eins zu eins? Äh, ja, sorry. Ich habe versprochen, ich meinte eins zu eins. Alter, ist das ein hässlicher Ofen. Ihh, ich hasse Seetan. Haha, jetzt habe ich dir aber gezeigt, wer den Haken hat. Sie haben doch gar nicht ihren Mund bewegt. Das ist ein Märchenland halt manchmal so.